Einfach wie Ball kaputt. Wie und ich muss da vorne diesen Trichter dann da gleich machen oder was? Hey Leute! Hallo! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf dem Spielmanager-Kanal. Und, wo sind wir heute? Im Erlebnispark Maiwes, in Westenholz und wir werden heute Minigolf spielen, aber es ist ein ganz normales Minigolf. Sondern 3D-Minigolf. Und schwarz richten Minigolf. Die Anlage sieht wirklich mega, mega krass aus. Also, wenn ihr das auch mal abchecken wollt, dann guckt gerne in die Beschreibung. Da ist nämlich einen Link zu dem Erlebnispark. Falls ihr hier aus der Nähe kommt, können wir auf jeden Fall sehr weiterempfehlen. Und ich bitte sagen, jetzt legen wir los. Okay, Minigolf und ich nicht gut. Wir werden es so machen, dass wir uns immer abwechseln, ne? Haben wir das so gesagt? Genau, genau. Wir spielen nicht alle die erste Bahn, sondern damit wir überall immer ein bisschen vorbeikommen. Damit wir so ein bisschen was zeigen können. Das sind ja nämlich vier verschiedene Themenwelten. Hier ist ja gerade Weltraum. Da kommt gleich noch Dschungel und Unterwasser und so ein bisschen was anderes noch. Ich hab gar kein Gefühl dazu, wie man nur auf die Schneeber hält. Ah, ey, guck mal! Nein! Wenn wir hier so dran spielen, dann tickt es da dran, dann zu sein. Ben! Hey, das hat richtig gut geklappt. Leute, können wir das kurz abschneiden? Ja! Das ist ja wirklich der ganze Gefühl. Ich mach einfach irgendwie so... Vier! Oh! 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 Oh, jetzt komm mal. Oh! Das werden vier so lieber hell liegen! Aber der Ball, der wird ja automatisch in die Richtung geführt, oder? Okay, doch nicht. Einfach hier, Ball kaputt. Und Go-Kart. Hey! Nur sieben Versuche! Also hier rein und dann da durch. Okay. Was? 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 Warum wundert der mich noch? Bäm! Okay, Leute, so macht man das. Übrigens, wenn man so eine Brille auf hat wie ich, dann sieht das hier einfach so aus, als wäre hier ein Trimmbecken. Das wäre cool, wenn man das irgendwie darstellen könnte, für die Zuschauer. Aber ich glaube... Oh nein! Das steht mir jetzt bevor. Ja, durch darf ich wieder. Du meinst in der Mitte durch? Doch. Genau. Deswegen ist das eigentlich eigentlich... Ja. Genau. Ey! Ja! Ey! Elli wird immer besser. Oh, oh, oh! Jetzt noch pusten! Bah! Ich musste nicht mal mehr pusten! Hahaha! Diese Bahn nehmen, war zu einfach deswegen. Oh, das ist hier mit so einer Brücke. Die und ich muss da vorne diesen Trichter dann da gleich machen, oder was? Ich will gucken mal, was... Oh, oh, oh! Claudio, einfach... Der ist einfach grad voll über die Brücke geflogen hier. Mega gut! Das ist so schön! Mit Gelb! Hey! Ich dachte, der geht jetzt auch noch daneben. Oh, vielen Dank, Kathi! Ich hab's auch gehofft. Hallo, Kathi! Ja, ja! Da sind wir das! Yo, Kathi! Go, go, go! Oh mein Gott! Go, go, go! Ja! Mein Gott! Ich spiele ab jetzt auch jeden Sonntag für die Golf! Bra, 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 bra! Ja! Das wird alles rausgeschnitten. Bei mir nur der erste Schlag. Hi! Ich kenne das, das ist so gut. Ja! Oh, ja! Oh, ja! Das ist alles gut! Wir haben Zeit! Zeitrabbein bauen! Deswegen mach ich halt das. Was sagen Sie dazu? Diese Rampen sind echt nicht zu erwischen. Oh, 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 oh! Oh, oh! Ei, ei, ei! Oh, ne zwei Versuche! Hey! Ja, ja, das fand ich auch. Ja, zwei, ja. Wo sind wir denn hier? Boah, Tumel! Elli, schau mal, du musst hier durch mit vollem Schmack. Das war es aber auch schon. Und das Ganze, kannst du auch so... Ja, das hätte ich zum ersten Schlag schon gezählt. Hätt es dann liegen lassen können. Das stimmt. Wie du willst. Ich gehe gleich mal rausgefahren. Na gut, da warte ich jetzt von hier. Nein! Warum nicht? Warum nicht? Das Beste ist jetzt auf Kamera. Wie eine der Rampen? Ja. Sogar eine sehr lange Rampen. Das fand ich schon zu viel kap. Er wollte nur einmal zeigen, dass er kräftig ist. Ja, genau. Ich muss sagen, auch lässiger Style, mit der Sonnenbrille hier so im T-Shirt, sieht fresh aus. Boah, da muss man auch schon gut rein scheppern bei dem Ding. Ja, mega. Ja, ich muss aber auch wirklich sagen, das ist glaube ich auch echt eine der schwierigsten bisher. Also das war die schwierigste Bahn bisher für mich. So. So, dann zeigt man das alles. Genau so macht man das. Nochmal. Kannst du erzählen wie das geht? Ey. 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 Viel Spaß. Lass dich nicht verunsichern. Das ist im Kreis. Ja. Ja, ich würde, ich glaube, da muss man mit ganz viel Kraft kraften. Ja, doch, doch. Ganz viel Kraft, sonst geht das echt fort. Doch, doch, mit ganz viel Kraft. Ja. Oho. Wie du. Oho. 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 Ich bin gespannt, dass das Tag nicht hier ist. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Wo es halt da in der Mitte in den Kreis, der so ein bisschen eingereist ist. Ja. Der Kreis, der eigentlich aus ist. Ich bin immerhin schon wie ein Kreis jetzt. Nicht schlecht, Herr Spich. Oh mein Gott. Ich bin da schon. So, René, aber weißt du, was das Beste ist? Jetzt kommt die Schwierigste. Das große Spirale kommt. Kommt zum Schluss. Und das ist so ein halber Eiffelturm. Und wir gucken genau hin, dass wir das nur nämlich einmal geben. Genau. Das größte Kind in NRW. Erstens, man muss das hier bis hier oben hoch. Und dann geht es mit dieser Spirale. Das kommt vielleicht auf die andere Seite. Ja, schön, ich mach jetzt hier rein. Jetzt kommen wir da. So, dass wir da oben hoch und ich schmuggel. Was? Alles gut, dass wir lieber einmal. Okay, gut, ein Bein. Ich auch. Okay Leute, ich bin sage immer Leute, ich bin auf jeden Fall ein Winnie-Golf-Meister, oder? Ich glaube, René hat heute die besten Piefe geholt. Zweiter Platz? Und wir teilen uns jetzt. Ja, das passt. Auf einen Seite waren alle ganz gut. Auf einen Seite ist alles. Nein, das hat super viel Spaß gemacht. Schreibt gerne in die Kommentare, dass wir sich eurer Meinung nach am besten bescheinern, aber wir wissen, dass eigentlich immer Antwort wichtig ist. Und ist klar. Lass uns gerne den Daumen nach unten, dass es euch gefallen hat. Und dann vielen Dank nochmal an den Erlebnis-Markmal, dass wir das dann hier machen müssen. Das war wirklich sehr, sehr cool. Genau, wir verlinken euch den nochmal unten in der Beschreibung. Vielleicht habt ihr auch mal Lust, hier vorbeizuschauen. Das ist wirklich super cool. Wir haben mega viel Spaß hier. Und sonst gerne einen Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Götzchen aktivieren. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.